jo servus und willkommen hier in meiner kleinen klemmbausteinecke heute soll es darum gehen ein kleiner luftpolster umschlag aus china umschlag eigentlich ne ist es schon ja ist so ein luftpolster dingens halt ne so ein luftpolster dingens aus china drinnen verbirgt sich im übrigen ein slowbahn set und zwar eine tankstelle von slowbahn ich habe es natürlich schon geöffnet ich musste ja gucken ob ich hier auch das richtige paket habe dass ich hier euch hier vor lauter laufender kamera hier paar schlüpfe auspacken oder so das muss ja nicht sein so set nummer und so weiter kann ich jetzt auswendig gar nicht sagen darum werde ich jetzt mal rausholen na komm alles 1000 mal eingepackt hier es ist die set nummer b 2600 könnte das erkennen wer aufmerksam meine videos verfolgt der wird schon erkannt haben um was es sich hier handelt und zwar um den tanklastzug von mini steck inwieweit der tanklastzug und das mitgelieferte auto damals identisch sind mit den bauten und den fahrzeugen die hier drin sind werden wir sehen ich bin wahnsinnig gespannt hätte ich gesagt gehen wir runter auf mein kleines klemmbaustein tischchen und packen das zeug hier aus ich bin vor allen dingen auf die minifiguren gespannt wenn ich hier das so sehe dann gehe ich davon aus es sind die neuen minifiguren finde ich schon fast schade ich hätte mich über die alten mehr gefreut aber kann man wohl nichts machen bis gleich die slowbahn tankstelle mit der nummer m 38 fürs luban b 2600 mit 435 steinen ab sechs jahren machen wir das ding hier mal auf es ist einfach nur eingetütet ohne sind einige beutel sehen wir sie mal durch wo zwei große blades und 12345678 beutel hier sind die mini figuren und tatsächlich es handelt sich hier um die neuen mini figuren es sind 1234 ja es sind vier minifiguren na gut ansonsten super typische steine mit m 38 branding und lustiges china gelb das grau dieser platten finde ich hochinteressant erinnert mich ein bisschen an das grau der platten von unserer mini steck feuerwehr gefällt mir ganz gut dieser ton ja es sieht eher nach straße aus als das grau was lego so im sortiment hat so hier die bauanleitung die ist geklammert und hier haben wir aufkleber bogen der aufkleber bogen zudem komme ich gleich schauen wir uns die bauanleitung an die bauanleitung ist standardmäßig es wird nichts ausgegraut man muss suchen es werden auch keine teile oben angezeigt also so wie lego früher halt und hier sehen wir schon unseren tanklastzug und hier kommen die tankstelle so die bauanleitung hat 23 seiten und es war es keine teilliste kein gar nichts einfach unergreifend schlicht 23 seiten und hier sehen wir die minifiguren ihr erinnert euch doch mit sicherheit noch an dieses set wenn ich mir das hier so anschaue ich habe die vermutung geäußert das mini steck hier bei sluban einkauft und dann einfach nur eine neue schachtel außen rum zimmert und diesen verdacht wollte ich nachgehen es wurde dann kritik geäußert von dem ein oder anderen nicht böse gemeint aber es war halt so ist es war eine anregende diskussion darüber dass ja in asien jeder von jedem cloud und dass man danach gehen kann nur weil fahrzeuge gleich ausschauen dass es auch dasselbe hersteller ist aber ich gehe hier mal nach den aufklebern die aufkleber sind halt die sind eins zu eins identisch wir haben hier halt nur im flugbahn set nur einen einzigen aufkleber bogen dabei während wir im mini steck set 1 2 3 4 5 aufkleber setze haben im übrigen schon von vornherein mehr als ursprünglich gebraucht haben und warum das kann ich euch erklären weil hier die aufkleber für die tankstelle noch mit dabei sind die im mini steck set gar nicht mit dabei ist da geht es nur um die zwei auto hin so als nächste was mir aufgefallen ist ich habe schon mal gespoilert hier hinten dieser stempel trademark paper kann man das hier scharf sehen magst du das hier scharf er möchte nicht da bist nur für cam na wo ist er denn hier das ist ein stempel der wurde darauf gedruckt keine ahnung wahrscheinlich automatisch oder so um eine art qualitätssiegel zu simulieren aber wenn ich mir hier diesen slupper an sticker bogen anschauen der hat exakt denselben stempel hinten drauf nur wurde das teil halt hier abgeschnitten das stammt aus derselben druckerei und ich bin überzeugt davon unser mini steck set stammt aus oder die steine davon stammen aus derselben steine schmiede schade nur dass wir uns hier die neuen mini figuren mitgeliefert haben und nicht die alten sonst hätte ich da besser vergleichen können ja es sind auch neue steine im übrigen es sind nicht die alten da steht überall m 38 auf den stats das bedeutet halt mit slooban wenn bei slooban in set ausverkauft ist dann ist es nicht bei denen die vergriffen sie legen es einfach neu auf mit den veränderungen die slooban so durchgemacht hat sprich mit den mit dem brands auf den noppen und mit den neuen figuren und es wird so langsam und nach und nach jedes mal wenn set neu aufgelegt wird dann kommen halt eben die neuen steine oder die neuen figuren zum tragen aber die bauanleitung die wird dann nur minimal verändert nämlich hier oben die neuen figur eingefügt ansonsten bleibt alles beim alten so und jetzt schaue ich mir die bauanleitungen an wo sind wir denn hier ist das auto hin es ist definitiv dieselbe bauanleitung also entweder wurde das hier darüber kopiert oder das hier wurde darüber kopiert keine ahnung wer von wem ich gehe mal davon aus slooban war als erstes da und mini steck hat es nachgemacht aber es ist definitiv dieselbe bauanleitung jetzt gehen wir mal zum lkw ja auch der lkw ist identisch aber volle lotte es gibt ein paar minimale veränderungen sehe ich hier fehlt nur einmal 4 plate aber ansonsten ist das ding identisch auf jeden fall ist mini steck slooban davon bin ich in der zwischenzeit felsenfest überzeugt so hätte ich gesagt verteile ich die tüten hier in meine eimerchen baue die minifiguren auf und dann schauen wir uns das ganze vom nahen an ich bin gespannt hier haben wir die slooban typischen minifiguren vier stück an der zahl ja die jungs mit den weißen pullovern mit den grünen streifen dran die haben alle selbe oberteil unterscheidet sich in keinster weise nur der nette herr hier mit sonnenbrille und blauer weste hat einen anderen druck und einen anderen torso ansonsten unterscheiden sie sich nur in der kopfbedeckung beziehungsweise im gesichts druck sind also keine zwillinge in dem sinn dabei sie sind sich zwar ähnlich aber nicht identisch so so von hinten von hinten schlicht und unbedruckt wobei der hier ein bisschen ausschaut wie prinz eisenherz ja hier ist ein bisschen schmutz am kopf es geht auch nicht weg vielleicht ist es ein farbrest von der druckerei oder so ich weiß es nicht die figuren sind slooban typische neue minifiguren die halt hier ihre köpfe bewegen können in alle richtungen hüftschwung und so weiter und so fort auch die handgelenke lassen sich bewegen ja slooban typisch hat man jetzt schon ein paar mal auf dem kanal muss ich nicht näher drauf eingehen so ähnlich gesagt fangen wir an mit den ersten paar bauschritten und ja es werden ja diese lustigen kleinen autochen die wir im übrigen ja schon vom mini steck haben aber das macht ja nix ich bin gespannt der erste bauabschnitt ist abgeschlossen und wir haben hier die form schön im auto hier zusammen gezimmert noch ohne aufkleber die aufkleber werde ich am schluss anbringen am kompletten set wobei ich hier im überlegen bin ob ich den noch nagelneuen und unbenutzten slooban sticker bogen verwende oder hier einfach weiter mache von unserem mini steck aufkleber bogen der ja schon benutzt wurde ist glaube ich gescheiter und ich lasse den slooban bogen noch jungfräulich zu den autos an sich ist nicht viel zu sagen wer die aufbauweise und ein review zu diesen fahrzeugen sehen möchte der möge doch in dem mini steck video nachsehen sie sind nämlich vollkommen identisch hochinteressant es gibt nur klar ein paar kleine punkte die sich unterscheiden ich zeige es euch mal also was auffällt ist es grün es weiß und es gelb sind nach wie vor noch identisch was sich verändert hat ist der rot ton der rot ton ist in der zwischenzeit zum typischen dunklen slooban rot geworden ansonsten ist es ja ziemlich identisch vorne das unterscheidet sich ein bisschen da gab es eine andere bauweise die trends teile sind hier trends clear und hier trends blue es steuerrad ist hier rot und hier schwarz weiß nicht ob man das sehen kann hier ist es schwarz hier ist es rot ansonsten ist es komplett identisch ich kann es euch ja hier nochmal zeigen im mini steck set steht woma auf den felgen und hier im slooban set m 38 wie gehabt wie gesagt aufkleber habe ich noch keine angebracht acht ist da hinten unterscheidet sich noch hier ist eine fliese und hier eine einmal zwei plate in weiß ansonsten komplett gleich ähnliches im übrigen hier für unser kleines autochen das hat im übrigen auch dieselben schwächen was sich unterscheidet sind hier oben die einmal vierer plates hier in gelb da in rot einfach geschmackssache aber es ist auch hier in der anleitung so dass da eine gelbe aufs dach gehört haben sie sich halt umentschieden ansonsten ist es dieselbe bauweise auch hier unterscheidet sich der rotfarb ton der verändert wurde und hier ist eine fliese dran die beklebt wurde und hier eben ein doppelt slope ansonsten gibt es hier keinerlei unterschied bis halt auf die tatsache dass hier noch keine aufkleber drauf sind was sich ein bisschen noch unterscheidet kann ich euch noch kurz zeigen hier der aktuelle lkw hat gelbe radkappen während der mini steck lkw weiße radkappen hat ja das ist jetzt nur mal so nebenbei erwähnt ich kann es euch ja kurz zeigen hier auf dem mini steckkarton ist aber deutlich ersichtlich dass der lkw ursprünglich mal gelbe radkappen hatte ist mir nur so aufgefallen tut ihr nichts zur sache dabei waren weiße jetzt hier im slowbahn set sind wieder gelbe dabei ja dann hätte ich gesagt nein so rum so rum dann hätte ich gesagt schnappe ich mir die restlichen teile und fang mit der tankstelle an bauen wir endlich mal was neues das hier kennen wir ja schon so wir haben den zweiten bauabschnitt abgeschlossen und haben in etwa wir haben seite 16 der bauanleitung erreicht und etwa ein bisschen mehr als die hälfte die bauanleitung selber hat ja 23 seiten so was haben wir gezimmert wir haben hier ja typische tankstelle 2 sapfsäulen ein bisschen gedöhnt lichter gedöhnt was das da hinten sein soll keine ahnung sieht ein bisschen aus wie ein blitzer so hier ein bodest mit reifenablage für ersatzreifen was das da oben sein soll keine ahnung vielleicht angedeutete preisschilder oder sowas viel lichter und so weiter und so fort ich drehe es mal um so von hinten ziemlich unspektakulär ja es ist ziemlich basic gebaut ziemlich standardmäßig hier oben einfach nur ein paar slopes und ansonsten überwiegend standardsteine was jetzt halt noch fehlt sind die aufkleber was ich ganz interessant finde hier bei unserem tanklastzug von mini steck waren unter anderem diese zwei teile dabei und ich habe mich damals schon gewundert als wir diesen lkw gebaut haben diese äh masten da die braucht man im ganzen set gar nicht die sind überhaupt nicht irgendwo aufgeführt also normalerweise sind ja immer nur teile übrig die man auch im set schon verbaut hat aber diese zwei teile hier die wurden im ganzen set nicht gebraucht die sind hier das passiert wenn man aus einem kompletten tankstellen set die zwei autos raus rupft quasi das set halbiert nur die autos raus rupft und quasi einzeln verkauft dann kann es passieren dass bei der abfüllung der beutel teile der tankstelle mit in den äh tüten verteilt sind die überwiegend teile für die autos beinhalten und so kommen dann diese teile mit in unseren lkw ein weiterer beweis in meinen augen dass das hier beziehungsweise das mini steck set hier ursprünglich von sluban war es war dieses komplette tankstellen set und mini steck hat einfach nur die autos raus genommen und einzeln verkauft ich müsste direkt mal nachgoogeln ob mini steck diese tankstelle auch im angebot hat gefunden habe ich zwar nichts drüber aber es gibt diverse tankstellen und werkstätten von mini steck die ein bisschen an das hier erinnern aber nur mit viel fantasie die zapfsäulen ja sind ähnlich der rest sieht anders aus ich kann es euch mal einblenden es gibt hier einmal die mini steck werkstatt mit mit workshop und so weiter und autoservice und es gibt einmal die mini steck werkstatt mit bosch service was auch immer das sein soll ob es sich hierbei um eine lizenz handelt ich habe keine ahnung so hätte ich gesagt bauen wir weiter und bauen ist den zweiten teil unserer tankstelle zusammen das wird jetzt ja dann die werkstatt und der shop und was halt so alles zu einer tankstelle dazugehört hier sind im übrigen noch keine aufkleber verklebt das werde ich alles am schluss machen ja wie gesagt ich werde wahrscheinlich den aufkleber bogen von mini steck weiter plündern bevor ich den nagelneuen und jungfräulichen aufkleber bogen von sluban schände okay ich bin gespannt so der dritte bauabschnitt ist hier mit auch abgeschlossen wir haben jetzt hier quasi die werkstatt gezimmert hier mit werkzeug die wasser art feuerlöscher licht hier oben kommt dann die reklame tafel dran hier sieht man das hier hier sind einschlüsse in dem weißen brick leicht blau sieht aus wie mit dem filzstift angemalt aber ich glaube mal da war die gussform nicht sauber genug was ich ein bisschen schade finde ist wir haben jetzt mal fenster drin aber keine scheiben da hätte man ruhig scheiben einführen können aber es waren keine dabei schade schade marmelade ich drehe es mal damit es auch von hinten seht hinten angedeutete fenster die hier so ein ding ins drin haben das kann man rausbrechen in der bauanleitung ist es auch draußen ich habe es aber drin gelassen einfach weil es besser aussieht und wegen der stabilität schadet ja nichts rausbrechen kannst beim spielen ja meistens von selbst so hier von der seite kann man bisschen reinschauen hier ist noch bisschen werkzeug aber ansonsten alles relativ basic und standardmäßig so ich werde jetzt die sets miteinander kombinieren und werde die aufkleber verteilen und dann zeige ich euch ist komplette machwerk ich bin gespannt und somit ist die tankstelle fertiggestellt ich habe jetzt sämtliche aufkleber hier angebracht natürlich wie schon erwähnt die aufkleber aus unserem mini steck set was soll ich sagen diese lupan figuren die wirken ein bisschen platziert als würden sie nicht wirklich dazu gehören dieses dieses optisch altbackene set mit den neuen figuren passt irgendwie nicht ganz zusammen will kein harmonisches bild ergeben was soll es so ist es lupan set normal so wird es verkauft so kann es jeder von euch erwerben die tankstelle an sich ist zum spielen okay würde ich jetzt mal sagen sie ist natürlich nicht vergleichbar mit dieser shell tankstelle die momentan bei blubricks angezeigt wird die ist natürlich gigantisch und hammergeil damit kann diese tankstelle hier von slupa natürlich nicht mithalten aber hier so zum spielen und so weiter vollkommen okay hätte ich gesagt was ich ein bisschen schade finde ist hier dieser turm der ist nur mit zwei mal zwei bricks hier befestigt der wackelt wie hechtzuppe und wenn man ein bisschen hinkommt dann geht dieser turm eben in die knie das hat auch nichts mit den slupan stein zu tun wäre das ganze hier aus lego wird es genauso instabil sein es hält halt einfach nicht wenn es übergewicht oben drauf ist und unten also wenn sich nach unten hin verjüngt dann ja bringt die ganze klemmkraft nichts ne es funktioniert einfach nicht na gut wie gesagt ich habe die aufkleber jetzt hier angebracht ist jetzt nicht sonderlich spektakulär mehr nichts neues dazu gekommen es sieht halt mit aufkleber an sacken besser aus man sieht ja deutlich das gelb der aufkleber trifft nicht das gelb der steine und es ist aber beim slupan aufkleber bogen genauso der hat exakt dieselbe farbe wie der mini stecker aufkleber bogen hier oben es weiß im übrigen auch also genauso wie beim mini steck system damals ja das dingens hier wird in die klemmbaustein statt in die mixbricks meiner kinder einzug finden ich habe da schon den platz für und da wird es sich gut machen ansonsten bedanke ich mich fürs zusehen daumen nach oben tut nicht weh abonnieren nicht vergessen wenn ihr wollt dann schaut auf mein discord server vorbei oder auf facebook oder twitter die links zu den jeweiligen social medias wie immer in der video beschreibung ich bedanke mich noch mal fürs zusehen und ich sag servusle bis zum nächsten mal eierdorsten und baut was schönes ja der obligatorische nachspann das ganze hier ist schon langsam ein running gag also die tankstelle hat eine höhe von 13,5 eine länge von moment von 32 und eine tiefe von 8 also ja passt ne passt das hier ist im übrigen im übrigen übrig geblieben viele kleine steine und noch mal hier kann ich euch mal zeigen moment noch mal die schnur die schnur war viel zu lang um sie hier anzubringen also diese diese tankschläuche hier die angedeuteten tankschläuche ich hab die schnur halbiert und hab sie dann links und rechts angebracht weil ein 20 meter tankschlauch wirkt ein bisschen deplatziert okay das war es jetzt aber auch servus